Das Flugzeug landet und der Flughafen ist nicht weit. Wenn keiner einen besseren Plan hat, sollten wir uns auf den Weg machen. Willkommen zurück zu Left 4 Dead. Moin. Diesmal nur mit Tobi. Moin. So, und der Tobi nimmt diesmal auch mit auf? Ja, endlich. Yay. Deswegen geht's auf seinen Kanal. Den verlinke ich unten dann. Ja, hier ist noch ein Katana, wer will, ne? Hier, da, nochmal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, so, ne? Also, wo geht sich... Der Woodcracker hat diesmal keine Zeit gehabt. Oder, ja, sagen wir keine Zeit gehabt. Ja, der hatte jemanden. Ich mach den wieder zu, ne? Doch, her ihr Scheißer. Juhu, Party Hard. Und ich kann hier total einmal rumfailen. Geht alle schwer ab uns. Jetzt alle, alle aufnehmen, weil... Oh, entschuldige, komm. Ich geh doch lieber auf die Waffe. Also, ich bin ja gerne mit dem Schwert unterwegs. Ja, ich bin jetzt lieber mit der Waffe unterwegs. Erinnert mich nochmal an so mein Real Life und so. Da renn ich auch immer ein Messer rum. Genau, machen wir zusammen die Stra... äh, Straßen unsicher. Ja. Ich bin das Killer Cupcake. Das ist mein... Ja! Das ist mein Zielklar. Ja, ich bin ja... Ja. Ich hab so die... Ich krieg die Tür von in die Fresse. Wo geht's? Ja, ich bin ja... Irgendwo ist hier ein Smoker... Da, ist ein Smoker! Hilfe! What the hell? Ja, ich hab den. Und ein Hunter. Hilfe! Danke, schön. Ich bin ja gerade fast runtergefallen. Geht alle sterben, geht alle sterben, ich weiß sicher. Ja, Charger hat mich in die Arme genommen und wollte mich so füllen. Was darf ich nur machen, Mann? Dafür ist ein bisschen leiser. Nee, eigentlich nicht. Ja, bei mir bist du ein bisschen leiser. Ja, bei dir. Bei mir bin ich ganz laut. Ich sollte nochmal irgendwie... ... die Pistole mitzunehmen. Ja, ein Gefahr, muss ich lieber sein. Ähm... Was hat die denn alle? Du bist schon wieder vorgerannt. Nein, ich wollte nur gucken, was da ist. Läuft mir die auch alles so weit flüssig? Gut, ja? Ja, bei mir läuft alles super. 60 Bilder pro Sekunde, pro Dings. Das ist doch super. Ja. So, hier ist ein Bett, ne? Also, wenn du dich erstmal hinlegen willst, wegen deiner Migräne oder so. Ich hab schon Migräne, aber ich muss mich nicht hinlegen. Okay. Guck dir mal das Bild hier an. Das ist gemalt von... ... von... Da Vinci. So. Hey! Hey! Da wird mir einfach kaputt. Konze Scheiße. Es war einer meiner Leistungsfächer später, aber... Scheiß drauf. Ja, ist halt besser als die anderen Fächer, die du gewählen hättest. Ja, genau. Naturwissenschaftliches Profil. Ich und meine Mathekenntnisse. Ja, gut. Naturwissenschaften. Muss ja nicht unbedingt jetzt sucht. Geologie ist ja auch zum Beispiel. Das braucht man ja nicht unbedingt. Also, ich bin... Ich bin halt... Das heißt nochmal, in Mathe bin ich zwar gut, aber nicht so gut, dass ich jetzt wirklich einen Leistungskurs machen könnte. Und halt Bio und in Physik, da bin ich zwar richtig gut drin, aber ich will mir dann mein Abitur nicht durch eine schlechte Mathe-Note versauen. Ja, da hast du recht. Ja, deswegen... Oh, Hunter! Hunter! Ich weiß nicht, ich muss lieber Kunst und, ähm, Deutsch, weil ich Kunst und Deutsch eigentlich ganz gut bin. Ja. Hier ist noch Molly. Wer will, der kann sich's gerne nehmen. Ich hab... Ich hab' ne Rohrbäum. Warum hab' ich mir... Warum hab' ich mir nicht ne Rohrbäum? Hä? Weil ich... Ich hab'n Molly? Warum denn das... Das hat mir... Naja, ist auch wurscht. Naja. Bist schon überleben. Ich bin Lade nach, bevor die noch mal so gesagt haben, ne? Yes, bitte! Fick dich, fick dich, fick dich, bitte. Da sollte man lieber Licht sein, oder? Das ist piepig, das piepig, das piepig, das piepig ist gerade voll auf der Kotze aufgerüttet. Das piepig raus. Ja, ja. Mach' sie so, piep! Was ist das? Hier ist Brandmonie? Brandmonie, Brandmonie. Ja, leg' mal hin. Aufbau'n. Nimm dein, nimm dein Dingens wieder. Nimm dein Dingens wieder. Oh, Francis. Ja, hab' ich doch. Okay. Wow. Nimm dein Dingens wieder. Brennet, ihr Schweine. Ah, tschad, tschad. Scheiße. Oh. Und ein Jockey. Jockey verbrüßt. Well, ne, hab's gemerkt. So. Barber View Hotel. Oh, kann nicht. Hat jemand Hunger? Wir nehmen uns ein Zimmer, was? Hat jemand Hunger? Hier ist noch abgelaufene Milch und, äh, Spülmittel. Daraus mach' ich uns. Und Cornflakes. Gut, das macht bestimmt einen guten Kornflakes. Guck' denn. Vorsicht, da sind einige Autos immer wieder am Ausflippen. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen ins View Hotel, oder? Von Haber. Ja, komm, lass uns ein Zimmer nehmen. Ach, ich glaub', da war jemand schon vor uns, ja? Jep. Ein sehr unbebetender Gast. Tschüss, Hunter. Und hier ist ein PC. Ein schöner. Let's Green. Weg damit. Ich dachte, du suchst noch einen schönen PC. Oh, ein Safe Room. Ach, Mensch. In der Küche. Geil. Wer hat Hunger? Pass auf! Ja. Oh, das haben wir doch super geschafft. Also, da bin ich grad echt stolz auf, wenn ich total schlecht bin, mal wieder. Ja, ach Quatsch. Ich bin auch nicht gerade besser. Ich guck mal zum... Ach, wir haben gar nicht geguckt, wann wir angefangen haben zu spielen, ne? Ist doch wurscht. Das waren jetzt gerade... Von fünf Minuten, sagen wir mal so, dann haben wir jetzt noch fünf Minuten. Ja. Ne, warte, wir nehmen ja 15 Minuten immer auf jetzt, ne? Oder vielleicht sogar, ja. Oder vielleicht sogar, ja. Ja. Ja, ich kann dir ja dann das zeigen, wie man das bei YouTube länger hochlegt, so, ne? Ja, das wird jetzt nicht das große Problem. Hier ist dunkel, hier ist dunkel, hier ist dunkel. Wo ist nur... Ne, ich hab jetzt gerade irgendwie Hunger auf ne Pizza. Hm? Oh, Pizza. Oder ne türkische Pizza. Hm. Na, ich bin eher der türkische Pizza-Fan, als richtige Pizza. Und hier ist Klopapier. Und ein Klo. Wenn man das Klo überhaupt nennt kann. Das ist aber kein Klo, das ist ein Eimer mit dem Klodeckel drauf. Ja, deswegen, das ist das Klo der Neuzeit. So. Also ein Klo, ein Klopapier bräuchte, da gibt es Spiele eigentlich immer. Naja. Ja, Party. Schade, jetzt ist alle. Naja, egal. Weiter. Oder... Äh, du hast... Wolltest du dir nicht ein Healthpack hier holen? Ich hab doch noch eins. Ich hab doch noch... Ja, ich hab mich gerade geheilt, sodass ich jetzt 93 bin. Dann... Wo bin ich denn hier? Ach, Mensch. Bin hier gerade hochgehüpft. Mal rein. Mein Platz. Tschüss, tschüss! Mein Platz! Okay. So, warte. Stoppen wir. Nee, die Waffe halte ich auch und so. Weiter geht's. Wir sollten, glaube ich, mal darauf achten, dass wir nicht beide gleichzeitig reden. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen nützlich. Aber auch nur ein bisschen. Oh, ein bisschen. Warte mal, ich schmeiß da Molly mal rüber, weil... Du! Die Leute brennen! Brennen, 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 Brennen. Burn, Motherfucker. Burn. Ey, das ist ein Lied von der Bloodhound Gang. Jetzt sag nicht, dass ich das... Ja? Lies mich doch nicht ab. Äh. Ich hoffe, jetzt mal das Internet hält das jetzt so lange durch. Ach, wird schon. Vielleicht können wir Sprecher noch eine Runde mit Patrick aufnehmen, wenn er dann wieder erreichbar ist. Wenn er Bock hat, ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist der an der Wand steckt gerade, der Zombie? Ich hätte jemanden zu lose. Der hätte sich bestimmt gebückt. Das war bestimmt schwuler Zombie. Hä? Ja. Wenn du verstehst, dann wie meinst. Was denn? No more details, please. Oh, geh zurück auf das Dach. Oh, yeah. Leiter hoch. Uh, uh. Kommt ihr nicht gleich zum Event? Äh, weiß ich nicht. Ich hab die Karte... ... das jetzt noch nie so gespielt. Ich schon. Hab ich das jetzt noch mal mit Patrick alleine gespielt, aber dann... ... ist bei ihm ein Zimmer. Hm, hier ist ein sauberes Klo. Hier ist ein richtiges Klo. Ich geh mal duschen. Scheiße. Doch, da. Ich bin duschen. Fuck it. Was machst du da unten bei mir? Äh, nichts. Ja, es... Hier liegt ein Jagdgewehr, falls du willst, ne? Nee, wenn, dann hol ich mich richtig. Das ist ein Reifergewehr. Ah! Das hab ich ja gar nicht gesehen. Die passt doch auf, verdammt! Fick... Ja, ich passt doch auf. Arschloch. Hier gibt's Waffen! Ich hab dich außerdem... ... außerdem... ... außerdem... ... außerdem gerettet. Das ist ja nett von dir. Boah, geilen Röhrenfernseher. Kaputt. Oh, dann wurde jemand die Süßigkeiten ausgeräumt. Was? Wo? Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, genau. Du hast ja Millionen. Ja, klar doch. Hallo, ich hab 20 Abonnenten, da bin ich stolz drauf. Ja, für jeden Abonnenten kriegst du ein Euro. Nein. Ich will da kein Geld machen. Das macht ja auch Spaß. Lade nach! Das witzige sind, in der Dunkelheit leuchten die Zombie-Augen oder irgendwas. Ja, das ist creepy, wa? Das ist voll witzig. Hey, Film! Aua, was ist hier los? Oh! Der voll einen T-Rex-Arm hat, der voll. Ich heil mich mal eben. Ja, besser ist es. Oh, da ist Smokey die Smoke. Weg ist das Smokey die Smoke. Ich weiß nicht, ob die Pillen haben. Ja, da möchte ich doch gar nicht. Junkie. Scheiß Junkie, ey. Und mit sowas bin ich auch noch zusammen. Ja, dann mach doch Schluss, du Arsch. Nee, ganz bestimmt nicht. So blöd bin ich doch nicht. Wenn du Pillen nehmen würdest, dann würd ich mit welche nehmen. Also im Themenfall. Oh, hier ist noch was vom Chinesen oder vom Asi. Nee, Sixpack war hier noch. Ja, siehst du, hier ist ein Event. Komm her. Was, was? Ah! Ja, ich bin noch da. Oh, ja, cool. Wollen wir rauf? Ach so, das Ding. Ja, 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 ja. Komm rauf. Ja, ich bin noch da. Kommt auch rauf. So, am besten. Am besten. Nee, am besten. Nee, warte. Ja, ich schieß gleich die Dinger an. Ja, nee, die sollte man eigentlich verteilen auf beide Seiten. Hey, warte mal, das ist doch so sehr effizient. Außerdem habe ich noch eine Rohrbombe. Ja, ist doch gut. Und jetzt noch nicht werfen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Lohnt sich überhaupt nicht. Aber was wir unbedingt auch mal zusammenspielen sollten, wäre irgendwie Dead Island, wenn wir das irgendwie organisiert bekommen. Ja, ich, ähm, versuch das jetzt abzukehren. Meine Mutter macht das jetzt ein Hit-Voll-Konto. Dann, ähm, macht sie mir das, dann kommt sie mir das. Okay. Ja, ich versuch das vielleicht übers, äh, englische oder amerikanische Steam zu bekommen. Ja, sonst versuch ich das auch. Guck mich, wie viel das dann kostet, ne? Das Spiel ist einfach der Hammer. Also das erste. Ja, das erste. Das zweite war der totale Floch. Das war einfach nur ein Abklatsch vom ersten Teil. Das war eigentlich nur ein DLC in Erweiterter, aber das ist, na ja. Der war lame. Oh, ich geb dir jetzt nochmal eine Rohrbombe. Ja, das ist jetzt sehr... Ja, das. Na toll. Na, ganz toll. In die Ecken. Boom. Oh, yeah. Super. Oh, äh, Bild ist runtergeflogen. Oh, oh. Ich beschütz euch. Komm mal her. Heute gibt's Geschnetzeltes mit Reis und, äh, ja. Oh, lecker. Mach mir doch keinen Hunger. Ja, doch. Oh, hi. Ich hatte ja selber heute noch kein Mittagessen. Ich schwör. Aber nicht. Ja toll, ich hatte noch gar nichts, also es ist einfach weh. Oh, bei der Kuh ab. He, der Peter. Nein. Oh, sorry. Luis. Müssen wir jetzt helfen? Ja, einfach hier lang. Knoppels. Danger! Danger in the major. Und ne Witch, und ne Witch, und ne Witch. Tauschenlappen aus. Tauschenlappen aus. Ah, Boomer da hinten. Und ein Smoker. Hilfe. Oh, toll. Boah, der hat Mundgeruch, der Smoker. Boomer! Smoker! Da ist Smoker. Ich hab gerade keine Muni mehr. Ich hab auch keine Muni mehr. Oh, danke, dass du mir hilfst, Billy, Billy Boy. Ja, ich weiß, dass du lachen musstest, deswegen hab ich's gesagt. Wo ist denn die fucking Witch? Da war der Smoker. Ja, ich hatte auch Smoker hier gesehen und so, aber es hatte keine Munition mehr. Ich hab keine Munition, deswegen sollte ich da lieber nicht hingehen. Wir müssten außen rumlaufen, das wäre sehr gut. Ja, laufen wir außen rum. Oh, ne, bin außen rumgelaufen. Ich auch. Überspringen wir das einfach mal knallhart. Wuhu. Warte mal, ich muss, ich komm mal, ich hab die Ruhe, ich komm eben auf die Tür. Ne, Quatsch. Soll ich uns gleich langsam mal so beeilen, so? Wo ist mein Katana? Und da klingelt mein Telefon. Ja, das ist doof. Bling, bling. Bli, tü. Ersetzen sie die Leere, was? Ersetzen sie die Leere, was? Was? Da steht gerade irgendwas, ersetzen sie die Leere, was? War da irgendwo Munition? Nee, ich hab aber ne Dings entdeckt, ne AK. Oh. Und zwar in dem Raum hier, aber die liegt, hier liegt noch ein Baseballschläger. Ach, okay, oh, das ist der Ritz. Und ne AK. Hier liegt noch ne AK, wenn du die haben willst. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. So, wir müssen weiter hier durch, durch das schöne Fensterlein. Ja, auf, auf. Äh. Am besten wieder Taschenlampe anschalten. Und hier sind Pillen. Hm. Und ein Rifle. Also ich kann nicht zu was. Ich kann die nicht aufnehmen, weil ich schon Pillen habe. Ja, und ich hab ein Rifle gefunden, hier auf dem Boden. Dieses mit dem Dreierschuss, so didim, 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 didim. Ja, das war ein geiler Beat, aber das war nicht die Waffe. Didim, didim, didim. Ja, also ich darfst dir entstanden, du. Hier ist, ähm, Brandmunition. Ja, dann nehmen sie mal und... Doch, so. Ja, das machst du sehr erotisch. Ja, danke. Hm. Weiß ich doch. Hier liegt noch ne Magnum. Kommen sie? Ja, ein... Geht's in die Hunde? Ha, 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 meine... Ah, ich muss mir eben... Hm. Boritos. Geht, alle brennen. Ich mach jetzt keinen Weltkrieg-Witz. Das wäre sehr scheiße. Hm? Ja, brennen. Krematorien, weißt du noch? Damals? Mein Gott. Ja, ich kam... Da hab ich schon gelebt, wo. Ja, wir haben damals mitgedient. Zwar auf der gegnerischen Seite, aber wir haben gedient. Nein, Quatsch. So alt sind wir jetzt nun auch nicht. Nein. Ich bin ja fast 230 und du bist, äh, 110, ne? Ja. Hä, was? Boah, stehst eigentlich kalt vor dem Zombie und Headshot. Schicke Tattoos übrigens. Was? Achso, danke, 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 danke. Hast du mich schlecht gelassen? Fast mein eben Bild, nur meine Haare noch. Die Haare. Du hast keine Tattoos. Noch nicht. Hä, ja, gerade hat sein Spiel gerade so ein paar Frame-Einbrüche gehabt, aber... Hey. Junge, erregt mich nicht auf, ey. Tja. Boah, Alter, ich geh weg. Ich gehst mir auch kurz wieder. Manchmal stecken die Zombies richtig viele Kugeln ein. Warum? Weil sie es können. Weil du denen nicht direkt in den Kopf schießt. Ja, manchmal schießt sich der das nicht. Wie zum Beispiel jetzt. Und ein zweites Arschloch verpasst. Und hier ist irgendwo ein Boomy. Ich will sehen, wo er ist. Der hört sich ganz nah an. Ah, ich habe... Woher bin ich? Wah, gut. Smoky, Smoky. Ich hatte voll so geschrien. Nein! Oh, Blumentopf. Kaputter Blumentopf. Oh. Oh. Und schon wieder so eine Kantine. Alter, die haben nie gearbeitet hier in dem Büro. Kann das sein? Ich habe Adrenalin gefunden. Aber ich kann schon aufnehmen. Kann das sein, dass die... Was hat der Zombie da gerade gemacht? Der ist hier mit von Schwan oder so? Sich eingekoilt hat er sich. Ich will gar nicht wissen, was ich wiederum. Ja, das ist... Na gut. Du, wollen wir jetzt mal das Schluss machen jetzt? Wir können Folgen Poesley machen, aber denn in dem Raum, wo wir sicher sind. Oh, ist hier ein Save-Room? Nee. Aber normaler Raum. Ach so, kommt rein. Kommt rein. Schnell, schnell, schnell. Oh, nenn hier Pech. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Left 4 Dead 2 mit Tobi. Tschüss. Tschüss.